Zigarettenrauchen in Deutschland ist noch nie so teuer gewesen wie 2023. In den letzten 20 Jahren haben sich die Schachtelpreise für 20 oder 29 Zigaretten vervierfacht. Heute muss jemand, der täglich zwei Zigaretten oder vielmehr zwei Schachteln Zigaretten raucht, muss ich sagen, circa fast 20 Euro ausgeben. Das geht ab am Lebensbereich und natürlich an der Lebensqualität, was die Gesundheit betrifft. 20 Euro nicht mehr für den Haushalt haben täglich, das ist sehr viel und manche Familien straucheln. Christian trägt deshalb seine Zigaretten selber. Er ist aus Rumänien, seit acht Jahren hier und er genießt die Zigarette für seinen eigenen Preis.